Hallo Weltrettende, so schnell sehen wir uns wieder. Ich bin's, dein Lieblingswissenschaftler Newton. Du bist wieder hier für einen neuen Wissenshappen? Na dann lass uns schnell starten. Ob es nun Wechselwirkungsaxiom, Gegenwirkungsprinzip oder Aktio-Reaktio genannt wird, alle diese Begriffe meinen im Grunde das Gleiche. Aber was genau versteckt sich dahinter und was ist der Unterschied zum Gleichgewichtsaxiom? Das soll jetzt in den nächsten Minuten Thema sein. Du erinnerst dich sicher an die Axiome der Statik. Heute erzähle ich dir etwas zum vierten und bekanntesten dieser Gesetze, dem Wechselwirkungsaxiom. Warum das bekannteste? Naja, der Spruch Aktio ist gleich Reaktio oder zu Deutsch Aktion ist gleich Reaktion wird nicht nur in der Technik verwendet, sondern auch im alltäglichen Sprachgebrauch. Und ist es nicht super, dass das alles auf mich zurückgeht? Aber zunächst nochmal ein kleiner Rückblick zu unseren Kräften. Die spielen nämlich wie bei allen Axiomen auch hier eine entscheidende Rolle. Kräfte geben an, wie stark zwei Objekte aufeinander wirken. Außerdem ist die Kraft ein Maß dafür, wie stark ein Objekt beschleunigt wird. Die Kraft ist auch Ursache von Bewegungs- und Formänderungen bei Objekten. Diese Bewegungsänderung sehen wir uns gleich noch einmal genauer an. Das Wechselwirkungsaxiom lässt sich gut in einem Verkehrsunfall zeigen. Hier siehst du zwei Fahrzeuge. Das Graue kommt in Schleudern und trifft das Rote. Du erkennst das Wechselwirkungsprinzip gut daran, dass beide Autos Schaden nehmen. Warum, klären wir gleich. Wie groß der Schaden jedes Autos ist, spielt für das Prinzip eher eine kleine Rolle, für die involvierten Personen dafür eine ziemlich große. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Für uns ist der Moment des Zusammenstoßes wichtig. Das Graue Auto schleudert auf das Rote zu und trifft es mit einer Kraft F1. Das Rote Auto setzt dem Grauen Auto eine gleich große Kraft F1 entgegen. Aber warum ist das so? Kräfte sind, wie schon gesagt, für Form- und Bewegungsänderungen zuständig. Betrachten wir die Bewegungsänderung genauer. Das Graue Auto wird durch den Aufprall gestoppt. Es erfährt eine negative Beschleunigung. Die wirkende Gegenkraft erzeugt also eine Bewegungs- und Formänderung am grauen Auto. Das Rote Auto wird dabei nach hinten geschoben. Es erfährt also eine positive Beschleunigung. Die Stärke der Abbremsung bzw. Beschleunigung wird dabei durch die Masse bzw. die Trägheit bestimmt. Das heißt, je mehr Masse ein Körper hat, desto träger ist er und desto mehr Kraft muss sich aufwenden, um eine Bewegungs- oder Formänderung durchzuführen. Betrachten wir nun noch die Formveränderung. Beide Autos nehmen bekanntlich Schaden aus diesem Unfall. Wie groß der ist, hängt unter anderem auch von den Massen der Autos ab. Es müssen also in beide Richtungen Kräfte wirken, die gleich groß sind und auf einer Wirkungslinie liegen. Das habe ich herausgefunden und formulierte es in meiner wissenschaftlichen Arbeit Principia Mathematica. Unter normalen Menschen ist das Prinzip aber auch als Actio ist gleich Reaktio bekannt. Das heißt, wirkt ein Körper 1 auf einen anderen Körper 2 eine Kraft aus, so übt Körper 2 auf den Körper 1 eine gleich große entgegengesetzt gerichtete Kraft aus. Das zweite Beispiel zeigt eine Studentin beim Meditieren auf einem Hocker. Schauen wir uns mal die Kräfte an, die hier wirken. Ihr Gewicht bzw. ihre Gewichtskraft wirkt auf den Hocker. Der Hocker wird dabei ein bisschen eingedrückt. Gleichzeitig spürt die Frau einen Druck auf ihren Allerwertesten. Auch hier müssen also wieder Kräfte in beide Richtungen wirken, da sich die Sitzfläche des Hockers und der Po der Dame verformen. Ich fasse kurz zusammen. Wirkt ein Körper 1 auf einen anderen Körper 2 eine Kraft aus, so übt Körper 2 auf den Körper 1 auch eine Kraft aus. Diese Kräfte liegen auf einer Wirkungslinie, sind entgegengesetzt gerichtet und gleich groß. Aber Moment, so eine ähnliche Begründung haben wir beim Gleichgewichtsaxiom von Varignan doch auch gehabt. Kennst du schon Varignans Experimente mit der Kartoffel? Nein? Dann schau dir nochmal das Video zum Gleichgewichtsaxiom an. Da sehen wir, dass zwei Kräfte, die in einem starren Körper wirken, im Gleichgewicht sind, wenn sie auf einer Wirkungslinie liegen, den gleichen Betrag haben und entgegengesetzt gerichtet sind. Der Körper befindet sich in Ruhe, da sich die Kraftwirkung aufhebt. Stellen wir die zwei Axiome einmal gegenüber. Zur Unterscheidung sind die Anzahl der beteiligten Körper und die wirkenden Kräfte wichtig. Beim Wechselwirkungsaxiom betrachten wir zwei Körper, die aufeinander einwirken, sprich Auto 1 und 2. Diese zwei Körper wechselwirken miteinander. Das graue Auto wirkt mit der Kraft F1 in Richtung des roten Autos und das rote Auto reagiert mit einer Gegenkraft F1 in Richtung des grauen Autos. Beim Gleichgewichtsaxiom nehmen wir das Beispiel der Turnerinnen zur Hand. Hier betrachten wir nur einen Körper, also zum Beispiel nur die obere Frau und die Wirkung von zwei Kräften auf ihren Körper. Die Gewichtskraft wirkt im Schwerpunkt. Außerdem wirkt am Rücken die Haltekraft F1, die durch die untere Frau hervorgerufen wird. Diese zwei Kräfte sind gleich groß, entgegengesetzt gerichtet und auf einer Wirkungslinie. Das bedeutet, die Turnerin oben verbleibt in ihrer Position. Sie befindet sich also im Gleichgewicht. Dieser Unterschied ist für später wichtig, wenn es zum Beispiel um den Freischnitt geht. So, hier nochmal die wichtigsten Punkte im Überblick. Wirkt ein Körper 1 auf einen anderen Körper 2 eine Kraft aus, so übt Körper 2 auf den Körper 1 auch eine Kraft aus. Diese Kräfte liegen auf einer Wirkungslinie, sind entgegengesetzt gerichtet und gleich groß. Das Wechselwirkungsaxiom betrachtet immer zwei Körper, die aufeinander wirken. Das Gleichgewichtsaxiom hingegen betrachtet zwei oder mehr Kräfte an einem starren Körper. So, dann sollten wir es haben. Kein Hexenwerk, wie du siehst. Also dann mach's mal gut und weiterhin viel Erfolg für deine Mission. Viele Grüße, Newton.